Tarin Manning und Anne Klein aus der Band Klein Street haben sich verlobt. Die Freundin der Orange is the New Black-Darstellerin stellte ihrer Liebsten bei einem Auftritt in einem Restaurant in Panama City, Florida die Frage aller Fragen. TMZ veröffentlichte eine Aufnahme des Heiratsantrags. In dem Clip sieht man die 27-jährige Sängerin ihren Auftritt unterbrechen. Um zu der 42-jährigen Schauspielerin zu laufen und um ihre Hand zu bitten. Unter Applaus der anwesenden Gäste bejaht Tarin die Frage und das Paar umarmt sich. Die beiden Stars halten ihre Beziehung so privat wie möglich, nur selten werden sie gemeinsam beim Spazierengehen mit ihren Hunden gesehen. Erst vor einer Weile sprach Tarin außerdem darüber. Dass sie keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie habe, sich jedoch wünsche, dass das nicht für immer so bleibt. In der Vergangenheit erklärte sie, ich habe meine Mutter verloren, nicht weil sie gestorben ist. Das Härteste ist, dass meine Mutter noch immer am Leben ist, aber wir reden nicht miteinander. Es ist wirklich traurig, eine wunderschöne Beziehung wegen irgendeinem Mist zu zerstören. Ich hoffe wirklich darauf, dass sich die Idee und die Idee